Heute präsentieren wir euch von Arctis Pro die federleichte Schutzhülle. Bestehend aus Polypropylen, das ist ein Material, was sehr flexibel ist und nicht dick aufträgt. Die Hülle ist nur 0,3 mm dick, wiegt nur 5 Gramm und ist quasi eine Hülle für alle Leute, die eigentlich keine Hülle haben wollen. Das Smartphone wird bestens geschützt von allen Seiten, die Zugänge sind alle frei zugänglich. Die leicht hervorstehende Kamera beim iPhone X wird auch geschützt durch einen seitlichen Steg, was zusätzlich nochmal Sicherheit gibt und damit ist es eigentlich das perfekte Case für, wie gesagt, alle Leute, die eigentlich gar keine Schutzhülle haben wollen. Lieferbar in diversen Farben, zum Beispiel in matt schwarz oder in transparent weiß.